Mit den Sunrise Mobile Services für Geschäftskunden gestalten Sie die Welt ganz nach Ihren Vorstellungen. Egal ob Sie ein Start-up, ein KMU oder ein international tätiges Grossunternehmen mit verschiedenen Standorten sind. Damit Sie weltweit agil und auf Geschäftsreisen zuverlässig verbunden bleiben, decken unsere internationalen Mobilfunktarife und Roaming-Optionen sämtliche Bedürfnisse umfassend ab. Dabei haben Sie mit dem übersichtlichen Sunrise-Cockpit Ihre Roaming-Kosten stets unter Kontrolle. Unser wiederholt ausgezeichnetes Mobilfunknetz garantiert eine hervorragende Abdeckung bis in die entlegensten Winkel und ist neu um ein Vielfaches schneller als bisher, dank 5G. Wo auch immer Sie uns brauchen, wir stellen Ihnen bei Bedarf mit unserem Wi-Fi-Tower schnell ein eigenes, temporäres und kabelloses Netz zur Verfügung. Für Gebäude mit schwachem Mobilfunkempfang stellt Sunrise mit Ihren Indoor-Lösungen eine optimale Sprach- und Datennetzabdeckung sicher. Auf Wunsch installieren wir eine sichere VPN-Verbindung zu Ihren privaten Firmennetzwerken via Sunrise Mobilfunknetz, sodass Ihre Daten jederzeit geschützt bleiben. Als Geschäftskunde sitzen Sie selbst am Steuer. Das kostenlose Sunrise Business Portal ist Ihr Zugang zur Administration aller Produkte. Mit Mobile Service Management können Ihre Mitarbeitenden die Mobilabos und Gerätebestellungen selbstständig verwalten. Und per Mobile Device Management orchestrieren Sie all Ihre Firmendevices und die darauf installierten Apps. Mit nur einem Klick trennen Sie private und geschäftliche Inhalte und schützen Ihre Daten. Für alle Services und Angebote können Sie auf persönliche Unterstützung zählen. Ihr Account Manager berät Sie bei allfälligen Fragen und hilft Ihnen, bestmögliche Lösungen für Ihr Unternehmen zu finden. Als Ihr 360-Grad-Provider bieten wir Ihnen einen Rundum-Service für die komplette Vernetzung Ihrer Firma und stellen Ihnen effiziente Tools und Apps zur Verfügung. So können Arbeitsabläufe optimiert und die Produktivität gesteigert werden. Ihr Partner für die Kommunikation der Zukunft – Untertitelung des ZDF für funk, 2017